Ich möchte mich zu sechs Punkten äußern. Erstens zur aktuellen Diskussion um das NPD-Verbot und die Positionen der Linken dazu. Zweitens zur Klimakonferenz in Dörben. Drittens zur Rentenanfrage und der Diskussion im Parlament dazu. Viertens zu den Ergebnissen des EU-Gipfels. Fünftens zum Rücktritt von Justiz- und Verbraucherschutz-Senator Michael Braun in Berlin. Sechstens zu deren Tagung der Linken-Fraktionsvorsitzenden und Landesvorsitzenden in Elgarsburg in Thüringen. Zum ersten Thema. Wir haben, das sind in dem Fall der Bundesvorstand, die Landesvorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden aus allen Ländern, eine Erklärung verabschiedet, die Elgarsburger Erklärung, wo wir uns noch einmal ganz klar zu den Aktivitäten gegen Rechtsextremismus geäußert haben. Wir haben unsere Position zum Verbot der NPD erneuert. Wenn wir jetzt gerade erfahren haben, dass mindestens 130 Spitzel des Verfassungsschutzes auf allen Ebenen der NPD im Einsatz waren und mehr als zehn Informanten in den Führungsgremien, dann ist es kaum vorstellbar, dass beim Verfassungsschutz keine Informationen dort angekommen sind. Und das zeigt wieder einmal, dass die V-Leute in den Gremien und im Mitgliederkörper der NPD allen rechtsextremistischen Bestrebungen bisher mehr geholfen haben als dem Verfassungsschutz und der öffentlichen Sicherheit. Und wir haben als Linke in dieser Erklärung unsere Position bekräftigt, dass die V-Leute abzuschalten sind. Und es ist für mich ziemlich unverständlich, dass auf dem Innenministertreffen versucht wurde, alles auf die lange Bank zu schieben und zu erklären, man brauche mindestens drei Jahre, um einen Verbotsantrag vorzubereiten. Das halte ich für völlig absurd. Es hätte eigentlich die Zeit seit dem letzten Verbotsantrag genutzt werden müssen, um einen entsprechenden Antrag vorzubereiten. Wir haben uns dafür ausgesprochen, in dieser Elgersburger Erklärung, dass wir uns jeder Kriminalisierung von Protest gegen Nazi-Aufmärsche entgegenstellen werden und dass wir auch alle Verfahren gegen Nazi-Gegner als eingestellt gefordert haben, diese einzustellen. Wir werden uns auch im Jahr 2012 wieder mit vielen Mitgliedern und Sympathisanten unserer Partei an den Protesten gegen den Neonazi-Aufmarsch in Dresden beteiligen. Und wir finden es völlig absurd, dass gegen den Jenenser Jugendfahrer Luther König nun Anklage erhoben wurde. Und wir haben gefordert, dass das zuständige Gericht diese Anklage zurückweisen muss. Was die Auswertung auf der Bundesebene betrifft, haben wir unsere Position bekräftigt, dass wir einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss brauchen. Und wir fordern die SPD auf, gemeinsam mit uns und den Grünen, die sich ja schon zu einem derartigen Ausschuss bekannt haben, die erforderlichen Stimmen zusammenzusammeln, um im Bundestag einen Untersuchungsausschuss ins Leben rufen zu können. Zum zweiten Punkt zur Klimakonferenz in Dörben. Die Ergebnisse, die dort erzielt wurden, sind der Situation überhaupt nicht angemessen. Die Verlängerung des Kyoto-Protokolls, das ja im nächsten Jahr ausläuft, ist lediglich in Aussicht gestellt worden. Das ist viel zu wenig. Ich finde, dass die Bundesrepublik Deutschland eine große Chance hat, nämlich unter den großen Industrieländern könnte die Bundesrepublik beweisen, dass sie als Erste oder als eine der Vorreiterinnen die Energieversorgung auf eine regenerative Basis stellen könnte. Um diese Vorbildwirkung auch übernehmen zu können, müssen wir hierzulande das Tempo erhöhen. Und dazu gehört natürlich auch, dass man Menschen erleichtert, auf Tarife umzusteigen, wo erneuerbare Energien dann zur Verfügung gestellt werden. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal eine Forderung, die wir als Linke schon häufiger in die öffentliche Debatte gebracht haben, wiederholen. Nämlich, wir brauchen Sozialtarife, dass auch Menschen, die wenig Geld in der Tasche haben, entsprechende Energien auch bezahlen und bestellen können. Zur dritten Frage. Am Donnerstag wird die parlamentarische Debatte über eine große Anfrage der Fraktion Die Linke, die auf Initiative von Matthias Birkwald, dem rentenpolitischen Sprecher, angestoßen wurde, diskutieren. Wir haben die Antworten der Bundesregierung vorliegen. Und eine ganz entscheidende und für mich sehr deprimierende Tatsache ist, dass seit 2001 die Lebenserwartung von Geringverdienern erheblich gesunken ist. Die Lebenserwartung von Geringverdienern, und die gibt es vor allen Dingen im Osten der Republik, ist etwas, was, glaube ich, sehr viel aussagt über die soziale Situation und den Zustand in unserem Land. Und hier ist dringendes Handeln angesagt. Das zentrale Thema der Debatte, der Rentendebatte, wird aber natürlich sein, wie ist die Frage der Rente erst ab 67 zu bewerten. Denn das Gesetz würde ja ab 2012 in Kraft treten. Die Vollzeitbeschäftigung der 64-Jährigen liegt bei weiterhin unter 10 Prozent. Das heißt, unsere Position, dass die Rente erst ab 67 eine Rentensenkung ist, ist von der Bundesregierung selbst in ihrer Antwort bestätigt worden. Wir werden am Donnerstag die Anfrage mit einem Antrag verbinden, nämlich die sofortige Aussetzung der Rente erst ab 67. Zum vierten Punkt, der EU-Gipfel. Mein Kollege Klaus Ernst, der eigentlich turnusmäßig mit der Pressekonferenz heute eigentlich dran gewesen wäre, ist in Brüssel. Er trifft sich mit den Vorsitzenden der anderen europäischen Linksparteien, um in Brüssel ein gemeinsames Programm der europäischen Linken zur Bewältigung der europäischen Wirtschafts- und Finanzkrise zu beraten. Kernpunkte dieser Forderungen, die zur Stunde diskutiert und beschlossen werden, werden sein die Entkopplung der Staatsfinanzen von den Finanzmärkten. Eine Forderung nach einer aktiven Rolle der Europäischen Zentralbank bei der Bekämpfung der Spekulationen. Der koordinierte Ankauf von Staatsanleihen sollte eine zentrale Aufgabe der EZB sein. Wir wollen selbstverständlich, dass der private Bankensektor unter öffentliche Verantwortung und Kontrolle kommt. Was in Brüssel beschlossen worden ist, ist quasi eine Veränderung der Lissabonner Verträge unter Umgehung des Einstimmigkeitsprinzips. Ich bin der festen Überzeugung, dass es EU-Staaten oder Vertreter aus EU-Staaten geben wird, die dagegen auch Klage erheben werden. Klagen sind also vorprogrammiert. Aber viel wichtiger erscheint mir, dass kein wirkliches Problem gelöst ist. Die Idee, die Bundeskanzlerin Merkel versucht, mit aller Brutalität durchzusetzen, ist der Export der Agenda 2010, Sparprogramme und Sparprogramme, die Länder oder Kürzungsprogramme, die die Länder in die Rezession führen werden. Es ist ja nun überall modern geworden. große Kritik an dem Verhalten der Briten zu äußern und zu üben. Diese Kritik kann man als zum Teil berechtigt charakterisieren. Sie ist aus meiner Sicht dahingehend berechtigt, dass ja die Briten bzw. Cameron abgelehnt hat, die Finanzmärkte zu regulieren. Aber man kann sein Verhalten auch verstehen, denn in Großbritannien gab es ja in den vergangenen Jahren heftige Kürzungspakete und die Briten haben darauf mit massivem Widerstand reagiert. Und ihm war klar, dass nicht weiterhin massive Kürzungsmaßnahmen durchzusetzen sind. Ich glaube auch, dass die Krise nicht mit Kürzung bekämpft werden kann, sondern wir haben ja keine Staatsschuldenkrise, wie häufig geschrieben wird, sondern eine Krise der Vermögensverteilung. Wir haben in der Eurozone über 27 Billionen verwaltetes Vermögen und wir brauchen endlich europäische Solidarität, und zwar auch die Solidarität der Geldbesitzer. Fünftens zum Rücktritt von Michael Braun, Justiz- und Verbraucherschutzsenator in Berlin seit wenigen Tagen. Der eine oder andere erinnert sich, wie es dazu kam, dass in Berlin die Große Koalition abgewählt wurde und vor zehn Jahren dann nach Koalitionsverhandlungen zwischen der damaligen PDS und der SPD ein Senat gewählt wurde, der dann auch eine zweite Legislaturperiode bestritten hatte. Die Gründe für die Abwahl der CDU waren ein Sumpf, und zwar insbesondere ein Banken- und Immobilien-Sumpf. Und die Koalition aus SPD, PDS bzw. später Linke hat zehn Jahre lang versucht, diesen Sumpf trocken zu legen. Und jetzt zeigt sich, dass er aber noch sehr feucht und nicht trocken gelegt ist. Die CDU fängt dort wieder an, wo sie 2001 aufhören musste. Der Rücktritt von Herrn Braun ist natürlich folgerichtig gewesen. Ich habe ihn auch, wie viele andere, für heute erwartet. Aber er sagt sehr viel aus über den Zustand der CDU in Berlin. Der SPD in Berlin kann man nur sagen, dass sie offensichtlich sehr blauäugig in diese Koalition gegangen ist. Denn Michael Braun war einer der alten Vertrauten von Klaus-Rüdiger Landowski. Ich habe ja als Berliner Abgeordnete und auch langjährige Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus alle diese Prozesse immer sehr genau verfolgt. Und natürlich bin ich auch heute noch sehr daran interessiert, wie es dort weitergeht. Zum sechsten Punkt, die Diskussionen und Ergebnisse in Elgersburg, in Thüringen. Elgersburg ist ein schon fast traditioneller Versammlungsort der Linken zum Jahresende getroffen. Haben sich in verschiedenen Beratungen der geschäftsführende Parteivorstand gemeinsam mit den Vorsitzenden der Landesverbände bzw. Landessprechern. Da gibt es ja unterschiedliche Bezeichnungen in den einzelnen Landesverbänden. Und die Fraktionsvorsitzenden und Geschäftsführer der Bundestagsfraktion und der Landtagsfraktion. Und wir haben dort natürlich zurückgeblickt auf das vergangene Jahr und Positionen diskutiert. Die Fraktionsvorsitzenden natürlich auch sehr konkret ihre parlamentarische Arbeit. Ich habe bei den verschiedenen Beratungen den Schwerpunkt meiner Wünsche und Vorstellungen darauf gehend gelegt, dass für mich im nächsten Jahr im Mittelpunkt steht, wie wir unser Programm umsetzen wollen. Wir haben ja in Erfurt ein, wie Sie alle wissen, mit großer Zustimmung ein Parteiprogramm beschlossen. Und der eine oder andere ist manchmal dem Irrtum aufgesessen, dass er sagt, okay, wir haben das Programm beschlossen, wir legen es mal in die Schublade und fangen wieder bei Null an. Das sehe ich nicht so. Wir haben in unserem Programm sehr viele konkrete Ansatzpunkte, auch für politisches Handeln und politische Umsetzung. Und ich habe vorgeschlagen, und das ist auch auf großes Interesse und Zustimmung gestoßen, dass wir aus jedem Landesverband auf dem Parteitag in Göttingen sozusagen ein Referenzprojekt vorstellen, wie das Parteiprogramm umgesetzt wird. Da kann es Initiativen geben, ich denke zum Beispiel an Hamburg, ohne das Ihnen vorschreiben zu wollen, die besonders aktiv sind in der Frage der Kontrolle von Rüstungsexporten. Im Hamburg-Hamburger Raum gibt es ja sehr viele Rüstungsbetriebe. Es kann ein Projekt sein aus der Gesundheitswesen, zum Beispiel die Wiedereinführung der Gemeindeschwestern. Auch dazu gibt es ja Ansätze. Oder andere Projekte, wie eine Initiative, die gerade in Mecklenburg-Vorpommern läuft, nämlich ein Volksentscheid zur Erhalt von Theatern und Orchestern. Wir haben zum anderen, zweiter Punkt, darf ich das mal sehen? Dankeschön. Ein Buch vorgestellt über die Kommunalpolitiker unter dem schönen Titel Die Kommunalen. Das ist in Hamburg erschienen, im VSA-Verlag. Dieses Buch hat zum Inhalt 16 Kommunalpolitiker der Linken aus allen 16 Bundesländern, also einschließlich solch kleinen wie Bremen, zu porträtieren und zu zeigen, wie die Linke konkret vor Ort arbeitet. Ich bin der Überzeugung, dass die Kommunalpolitiker das Zurückgrat der Partei sind und gute Kommunalpolitik kann durch keine noch so gute Talkshow ersetzt werden. Und die Verankerung der Partei in den Kommunen ist für uns eine Überlebensfrage. Und darum lege ich auch großen Wert darauf, dass wir dafür sorgen, dass an möglichst vielen Stellen nicht nur die Kommunalpolitiker, die schon im Amt sind, unterstützt werden, sondern dass dort, wo auch es um Wahlen geht, um Mandate, um zum Beispiel Kandidaturen zu Bürgermeisterämtern, die Linke auch Kandidaten aufstellt und diese unterstützt und das auch das sozusagen Kleine bei der ganz großen Diskussion nicht vergisst. Zum Dritten gab es Diskussionen um die Frage, wie man sich stellen solle zu dem Vorschlag eines Mitgliederentscheides oder einer Mitgliederbefragung zur Vorbereitung des nächsten Parteitages in Bezug auf die Parteivorsitzenden. Dieser Vorschlag ist ja in Hannover bei der letzten Kreisvorsitzendenkonferenz von Klaus Ernst unterbreitet worden. Wir haben ja in unserem Parteiprogramm niedergeschrieben, dass wir mehr Demokratie wollen, dass wir auch Mitgliederentscheide in unsere Arbeit innerhalb der Partei aufnehmen wollen. Und ich glaube, ein Mitgliederentscheid ist ein urdemokratisches Mittel und niemand sollte und braucht Angst haben vor so einem Mitgliederentscheid. Nun ist ja das ein Austausch gewesen, ein Meinungsaustausch. Es haben sich Argumente dafür herausgestellt, Argumente dagegen. Letztendlich ist das aber nicht in der Hand des Parteivorstandes oder einer Gruppe von Landesvorsitzenden oder Fraktionsvorsitzenden. Wenn es genügend Antragsteller gibt, die einen Mitgliederentscheid wollen, die einen entsprechenden Antrag dann auch einreichen, indem die Entscheidungsfragen auch formuliert sind, dann wird es selbstverständlich diesen Mitgliederentscheid geben. Natürlich kann man dazu seine Positionen äußern, ob es gut oder weniger gut ist, praktisch oder weniger praktisch. Aber ich glaube, wenn wir das in unserem Programm und in unserer Satzung so festgelegt und ermöglicht haben, dann werden wir auch im Falle der Einreichung eines derartigen Antrages gut damit umgehen können. Soweit. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.